Weiter, am Samstag haben wir nur noch im Norden etwas stärkere Bewölkung und einzelne Schauer. Sie sehen, die Temperatur steigt schon. Am Sonntag ist es im ganzen deutschen Bereich recht warm. Ja, muss ich ja beilen, nicht, dass du noch der Reichsbahn verpasst. Das muss ich ja nicht immer versprechen. Was los, Giesbert? Sag bloß, die zwei Superdünner und der 48 überbacken war ein bisschen zu viel zum Mittag. Das waren zwei Kinder, die hören doch öff. Vielleicht klagst du an den sechs Bullen Cola, die du dir zum Kaffee hineingepfiffen hast. Ich brauche halt auch immer was dieses. Sag das ja nicht meiner Frau. Ich bin auf Diät. Ach, ist da nichts. Du nur noch. Die rutscht gleich an. Schau. Schau.